Yo Leute, heute testen wir die Stormy Flash aus dem Lidl, eine Wirbelbatterie, extrem geil, 30 mm Kaliber, 13 Schuss, gekostet hat das Teil 11,99, wenn mich nicht alles irrt, 25 Sekunden und schauen wir noch auf die NEM, die beträgt hier 243 Gramm und aufmachen tun wir das schöne Teil jetzt auch noch einmal, mit Standfuss sehr schön, also sieht wirklich sehr gut aus, extrem fettes Kaliber und dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß beim Test der Stormy Flash. Stormy Flash, extrem geiles Teil, eine Neuheit 2019, sehr geil, let's go, die wird richtig krank, 30 mm, absolutes Maximum in Deutschland. Alter! Heilige Scheiße, das Ding, das ist ja mal so absolut krank, also wenn man die nicht kommt, ist mir echt selber schuld, extrem geiles Teil, fliegt extrem hoch und trotzdem kriegt man das ganze Bouquet nicht drauf auf die Kamera, also absolute Kaufempfehlung hierfür. Ich glaube, ich bin besessen, zwei Jahre nur draußen gegessen, du willst testen, doch ich test dich, du willst flexen, doch bist hässlich, jeder hier weiß, ich mach Tech-Tech, Kunden feiern meine Rap-Tracks, hab keine 10er, nur 20s, machst auf Wasser und doch ist Hannes, Deutsch nur mehr Bretten, ich kann's, du ist Kiste, ich spür auf alles, meine Kunden tragen neue TNs, deine Kunden dick.